Herzlich willkommen zurück. Für dieses Video solltest du bereits wissen, wie man die Stammfunktion einer Polynomfunktion ermitteln kann, die eine bestimmte, gegebene Nebenbedingung erfüllt. Die Ziele für dieses Video sind, dass wir gemeinsam die Stammfunktion einer Geschwindigkeit-Zeitfunktion v ermitteln und damit dann auch die Länge des Weges bei einem Bremsvorgang berechnen können. Damit wir die ganze Situation ein bisschen besser verstehen, möchte ich, bevor wir loslegen, die Ausgangssituation ein bisschen genauer modellieren. Wir haben es hier also mit einem Bremsvorgang zu tun oder genauer gesagt mit einer Vollbremsung. Bei einer Vollbremsung steigt die Person, die hinter dem Steuer sitzt, voll auf die Bremse, bis das Auto zum Stehen kommt. Und bei so einer Vollbremsung sind im Großen und Ganzen zwei Größen besonders interessant. Zunächst einmal die Anfangsgeschwindigkeit, also die Geschwindigkeit, mit der wir am Anfang der Vollbremsung noch unterwegs sind. Das ist eben in unserem Modell dann v zum Zeitpunkt 0 oder eben v von 0. Und in dem konkreten Beispiel, das wir behandeln werden, beträgt diese Anfangsgeschwindigkeit 18 Meter pro Sekunde. Die zweite Größe, die uns interessiert, ist die sogenannte Bremsverzögerung. Die Bremsverzögerung beträgt in unserem Beispiel, das wir uns anschauen werden, minus 6 Meter pro Sekunde zum Quadrat. Was heißt das? Das bedeutet in Worten, pro Sekunde nimmt die Geschwindigkeit um 6 Meter pro Sekunde ab. Das bedeutet, die Bremsverzögerung verrät uns, wie stark die Geschwindigkeit pro Sekunde verringert wird. So weit, so gut. So können wir ein schönes Modell für die Geschwindigkeit während so einer Vollbremsung aufstellen. Und zwar können wir dann eine Funktionsgleichung einer Funktion v angeben, mit der wir die Vollbremsung modellieren können. Und die lautet, v von t ist 18 minus 6 mal t. Na gut, damit können wir jetzt arbeiten und ein paar interessante Dinge herausfinden. Also für die Geschwindigkeit-Zeit-Funktion v bei einer Bremsung gilt, v von t ist 18 minus 6 mal t. Und eben t ist einfach die Zeit ab Beginn der Bremsung in Sekunden und v von t die Geschwindigkeit zum Zeitpunkt t in Meter pro Sekunde. Die erste Frage, die wir uns jetzt stellen, ist, wie viele Sekunden dauert es, bis das Auto stillsteht? Um diese Frage zu beantworten, nimm dir einen Moment Zeit, pausiere inzwischen das Video und wir vergleichen dann das Ergebnis. An dieser Stelle müssen wir uns überlegen, was bedeutet es für die Geschwindigkeit, dass das Auto stillsteht. Für die Geschwindigkeit bedeutet das, dass die dann, naja, gleich 0 ist. Das bedeutet, wir müssen den Zeitpunkt t finden. An dem gilt, dass die Geschwindigkeit, also v von t, gleich 0 ist. Dies führt zu dieser linearen Gleichung, die können wir lösen und wir erhalten t ist gleich 3. Also nach 3 Sekunden steht das Auto still. Soweit so gut. Kommen wir zur nächsten interessanten Fragestellung und zwar für die zugehörige Weg-Zeit-Funktion s gilt, s' von t ist gleich v von t und s von 0 ist 0 Meter. In anderen Worten, so wie wir wissen, die Weg-Zeit-Funktion ist eine Stamm-Funktion der Geschwindigkeits-Funktion und wir sollen jetzt hier die konkrete Weg-Zeit-Funktion s finden, für die gilt, dass s von 0 gleich 0 ist. Also wir haben eine Nebenbedingung gegeben. Und nun ist die Aufgabe, ermittle eine Funktionsgleichung von s. Nehmen wir dafür wieder ein paar Minuten Zeit, pausiere inzwischen das Video und wir vergleichen auch davon dann noch die Ergebnisse. Na gut, wir brauchen jetzt also eine Funktionsgleichung der Stamm-Funktion von v, die auch eben diese gegebenen Nebenbedingungen erfüllt. Wir beginnen, so wie immer, mit dem Ableiten-Umkehren. Das heißt, wir können wieder unsere Regeln anwenden und erhalten zunächst einmal für eine Funktionsgleichung von s. s von t ist gleich 18 mal t minus 6 mal t Quadrat halbe plus irgendein c. Das können wir noch ein bisschen vereinfachen. Und jetzt wollen wir c noch so bestimmen, dass die Nebenbedingung erfüllt ist. Wenn die Nebenbedingung ist, s von 0 ist gleich 0, das bedeutet in dem Fall, c muss 0 sein. Und wir erhalten für die Funktionsgleichung von s, s von t ist 18 mal t minus 3 mal t Quadrat. Soweit, so gut. Jetzt kommt noch eine letzte Fragestellung und zwar, welche Länge hat der Bremsweg? Nehmen wir dafür noch einmal ein paar Minuten Zeit, pausiere ein letztes Mal das Video. Wir vergleichen dann noch die Ergebnisse und dann sind wir mit der Vollbremsung fertig. Um diese letzte Frage zu beantworten, müssen wir jetzt noch die Ergebnisse aus den vorigen beiden Fragen miteinander vereinen. Denn wir müssen zwei Dinge wissen. Einerseits, wie lange dauert die Bremsung? Das haben wir schon ausgerechnet, nämlich drei Sekunden. Und, naja, wie viel Weg legen wir in diesen drei Sekunden zurück? Das bedeutet, wir müssen die drei Sekunden in die Funktionsgleichung von s, also in die Funktionsgleichung der Wegzeitfunktion einsetzen und diesen konkreten zurückgelegten Weg berechnen. Also, wir wollen s von 3 berechnen. Wenn wir hier einsetzen, erhalten wir dann 27 Meter. Also, der Bremsweg hat eine Länge von 27 Metern.